von fatmas plagen da hat mich die plage verfolgt bis in den laden zum einkaufen hin ja schön macht ihr die geräusche super super leistung wer hat euch erklärt wie das geht mit den geräuschen machen echt hat ihnen keiner erklärt wie das geht aber können wir so von natur aus aber glaube ich nicht ich nehme an die haben eine spezielle schulung erhalten ja ich habe auf der universität studiert damals ja und da habe ich eben nicht gelernt so geräusche zu machen verstehen sie ich habe gelernt zu denken mich vernünftig zu verhalten eben ein korrekter typ zu sein ja dankeschön ja ja super fleisch ist das gucken